Ich büro ja nur aus dem Fernsehen. Dieser Stromberg-Typ markiert ja auch immer den Rudelführer. Ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Äh, hallo? Da kann ich mir ja gleich meine eigene Kündigung schreiben. Wir sind ja nicht bei Daktari. Andererseits ist der Hund auch der beste Freund des Menschen. Gut, außer jetzt vielleicht im asiatischen Raum. Na, von der kann ich in diesem besonderen Fall ruhig mal eine kleine Sonnenangenehmigung ausstellen. Ich bin ja eh eher wie so eine Katze. Wenn man da denkt, es ist Feierabend, dann habe ich immer noch so fünf, sechs Leben in der Hinterhand. Kinders, und ihr? Team Hund, Team Katze oder doch eher Team Chamäleon? Schreibt es in die Kommentare und macht es rot, Herz. Herzrot.